Hallo Internet, das hier ist eine weitere Late-Nerd-Show live. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch ein Studio, in dem wir zu zweit rumstehen und Streams einrichten und über Sachen reden können, die mit Rollenspiegeln und Comics zu tun haben. Und genau das machen wir heute auch, Krise oder nicht Krise. Wir reden live über zwei Bücher jetzt heute und dann wird sich danach noch ein Stream anschließen für die Leute, die live dabei sind. Und wer es auf YouTube schaut, der ist ein bisschen später dran, aber kriegt immerhin die gleichen Informationen zu Perlentaucher vor Relie. Oder wie man es ausspricht, da gibt es ja leichte Streitereien zwischen den Gelehrten. Zu Cthulhu bei Pegasus-Spiele und einmal den Comic Land of Giants, erschienen bei Panini Comics. Ein sehr ungewöhnliches Projekt, was fast eher eine Reihe von erzählerischen Öl- bzw. Acryl-Gemälden ist und weniger ein klassischer Comic. Ich lade euch ein, mit mir nach Perlentauchen zu gehen vor Relie, wobei Relie kein einziges Mal vorkommt in dem Buch und in diesen Comic reinzuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, sie am Ende auch gerne dazu zu stellen. Warum Perlentaucher? Weil Perlentaucher ja auch ein Begriff für Leute ist, die aus großen Mengen an Kram die allerbesten Sachen raussuchen. Und in diesem Fall geht es darum, die besten Cthulhu-Abenteuer der letzten 20 Jahre zu finden, an deutschen Veröffentlichungen. Und der Grund dafür, dass es dieses Buch gibt und dass es diese Suche nach den besten Abenteuern gab, ist, dass Cthulhu mittlerweile 20 Jahre bei Pegasus zu Hause ist in Deutschland. Was auch heißt, dass Cthulhu tatsächlich auf Deutsch lange Zeit mehr Veröffentlichungen und sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und rausbrachte, als es im Amerikanischen der Fall war. Weil Chaosium, die Mutter Filma, der Erfinder von Cthulhu bzw. Call of Cthulhu in der internationalen Version zwischenzeitlich weniger gemacht hat. Und zwar sozusagen. Und das wird gefeiert mit diesem Sonderband. Übrigens mit so einem netten, fluffigen Einband, der sich so ein bisschen anfühlt wie ein kleines Kissen. Und da sind sechs Abenteuer drin aus den zehn besten Abenteuern, die wiederum bestimmt wurden durch ein längeres Aus-Sieben. Und dann durch ein K.O.-System, bei dem Stück für Stück welche rausgeflogen sind durch Voting bis die zehn Besten übrig blieben. Darunter sind tatsächlich auch mehrere Klassiker, die ich auch schon kenne oder reingespielt habe und bei denen ich mich freue, dass sie es zu Recht hierher geschafft haben. Aber auch ein paar Sachen, die mir neu waren. Denn es ist tatsächlich ein breites Spektrum abgedeckt an Geschichten und vor allen Dingen auch an Herkunft. Da sind Abenteuer drin, die in Zeitschriften erschienen, in Sammlungen, in Kampagnen oder sogar auch einfach nur online. Aber sie haben alle ihre begeisterten Spieler gefunden, die dann auch gevotet haben. Darunter sind der Sänger von Dohl an allererster Stelle. Kinder des Käfers, der lachende Mann in Scherben, Pinselstriche und die mutalen Eiters. Ich werde auf alle einmal kurz eingehen. Der Sänger von Dohl ist möglicherweise mit das bekannteste von denen, weil es ein hervorragendes Abenteuer ist, um Leute an das Thema heranzuführen, die vorher noch nie Cthulhu gespielt haben. Und einige wirklich hervorragende Ideen und Twists enthält und eine tolle Stimmung aufbaut. Das ist ursprünglich in Cthulhu Ede Welten erschienen, 2002. Und es nimmt eine kleine Gruppe von Leuten mit auf die Nordseeinsel Pellworm, wo man fertige Charaktere ausgehändigt bekommt, die alle zu einer Familie gehören, die dort schon länger ansässig ist, die Gulsens, und denen ein Unglück zugestoßen ist. Von einer Beerdigung kommen sie wieder nach Hause, nachdem sie jetzt jemanden betrauert haben, kommen zurück auf die Insel und es gehen sehr seltsame Dinge vor. Und ab da wird es nun noch ein rasantes Geschehen von bizarren Dingen, Verrat und Mord und Totschlag möglicherweise. Es ist nämlich gleichzeitig, obwohl es so viel vorgibt, auch erstaunlich offen und funktioniert dabei hervorragend. Das zweite Abenteuer Kinder des Käfers beschäftigt sich, wenig überraschend, mit Insekten. In einer kleinen abgelegenen Region tauchen auf einmal sehr viele, viel zu große und vor allen Dingen urtümliche Insekten auf, bei denen es ein bisschen so wirkt, als hätte jemand die Evolution zurückgedreht. Die haben teilweise mehr Gliedmaßen und Eigenschaften, die die modernen Insekten überhaupt nicht mehr haben. Und außerdem werden sie bis zu 50 Zentimeter lang, was auch nicht mehr der Fall sein sollte. Irgendetwas geht da vor sich. Und außerdem gab es ja vor einer ganzen Weile da dieses Erdbeben, wo ein Teil des Tales eingebrochen ist, wo jetzt auch keiner mehr hingeht. Und ein paar Leute im Dorf verhalten sich auch echt seltsam und haben irgendwie vergessen, wie Körperhygiene funktioniert. Könnte das alles vielleicht zusammenhängen? Das Besondere an Kinder des Käfers, neben dem sehr überschaubaren und auch überraschend offenen Setting, wo man sich tatsächlich so ein bisschen für eine ganze Weile in einer kleinen Sandbox bewegt und versucht aufzuklären, was vor sich geht, ist, dass die Person, die es geschrieben hat, sich offensichtlich sehr gut mit Entomologie, also der Wissenschaft von Insekten, auskannte und auch haufenweise sehr schöne Zeichnungen der Monstren angefertigt hat, die dadurch die Gegend brumm und summ. Der lachende Mann ist dann ein Abenteuer, das sich mehrere Motive aus einem Roman von Victor Hugo leiht, zu Kindern, die von Kuriositätenmachern verstümmelt werden, um dann im 18. Jahrhundert auf Zirkussen und reisenden Jahrmärkten ausgestellt zu werden. Darauf greift es zurück und natürlich auf die immer funktionierende Kulrophobia, also die Angst vor Clowns und Verwandten gestalten. Das ist ein Abenteuer, das vor allen Dingen sehr detailliert ist bei den Figuren, die dort auftreten und sehr bizarre Gestalten in den Ringen wirft, mit denen man sich auseinandersetzen muss hoffentlich und ein ausgesprochen abgefahrenes Finale hat, was mehr Übernatürliches und mehr, sag ich einfach mal, ja auch fast Märchenhaftes hat, wenn es auch ein sehr bitteres, bizarres und bösartiges Märchen ist als viele andere Cthulabenteuer. In Scherben wiederum verfolgt den Niedergang einer reichen industriellen Familie nach dem Tod des Patriarchen, während jemand die ganze Zeit versucht, ihnen die Spiegel zu entsteißen, die der Patriarch gesammelt hat und von denen er gleichzeitig verfügt hat, dass sie auf jeden Fall verhängt werden müssen nach seinem Tod. Dabei werden auch fertige Charaktere ausgehändigt mit einer genauen und recht strikten Anweisung, wann die was möglichst zu tun haben sollten und wo Szenen zugeteilt werden, die die Leute einzeln bekommen, sodass es fast eher wie das Drehbuch für ein Theaterstück wirkt, das dann jemand umgeschrieben hat für ein Rollenspielabenteuer. Pinselstriche wiederum widmet sich leicht verrückten Künstlern in New York, die ihre Farben für interessante Experimente nutzen und möglicherweise aus interessanten Experimenten erst ihre Farben beziehen. Teilweise ein sehr ekliges und auch sehr bitteres Abenteuer, ebenfalls mit einem sehr übernatürlichen Finale, was auch absolut in weltverändernde Dinge kippen kann. Die Mutter allen Eiters schließlich ist, bei dem Namen kann man es fast schon erwarten, ausgesprochen widerlich. Eine Sekretärin wird vermisst, die offensichtlich ein Doppelleben geführt hat und wenn man versucht herauszufinden, was der Frau zugestoßen ist, da deckt man ein widerliches Geheimnis nach dem nächsten auf, bis man eine Ahnung davon hat, was da tatsächlich vor sich gegangen ist. Achtung, Gegröße, Eingeweide und möglicher Inzest. Die Abenteuer sind sehr unterschiedlich, nicht nur von der Thematik her, die sie ansprechen, auch wenn die meisten tatsächlich in der klassischen Lovecraft-Zeit der 1920er spielen, sind sie doch auf der ganzen Erde verteilt und haben unterschiedliche Grundthemen und vor allen Dingen funktionieren sie auch sehr unterschiedlich, von relativ offenen Ermittlungsabenteuern, wo man tatsächlich in einem vorbereiteten kleinen Schauplatz sich ziemlich frei bewegen kann, bis hin zu dem nachspielbaren Film von In Scherben, wo man wirklich tatsächlich sagen kann, und jetzt bekommt Spieler XY mit Charakter B diese Szene, die auf jeden Fall passieren wird und dann hat diese Person auch bitte darauf zu reagieren. Da ist dementsprechend auch für jeden Spielstil im Grunde was dabei. Vermutlich werden wenige Personen alle Abenteuer darin hervorragend finden, aber mindestens eines, würde ich sagen. Und ich habe zumindest neben dem Sänger von Dohl, der einer meiner absoluten Favoriten ist, noch mehrere andere neue Lieblingsabenteuer darin jetzt entdeckt, die ich auch gerne mal ausprobieren würde, denn das, was sie alle zu eigen haben, ist, dass sie am Spieltisch, glaube ich, eine immense Wirkung entfalten. Wir haben alle sehr durchdachten Horror, auch wenn es sehr unterschiedlicher Horror ist, der Horror der Selbsterkenntnis, der teilweise auch einfach Bodyhorror im Fall von Die Mutter allen Eiters, verschiedene Phobien, die angesprochen werden und mit denen gespielt wird, womit man vorher vielleicht den Leuten sagen sollte, dass es jetzt hier bei Insekten möglicherweise eklig zu gehen kann. Und man merkt vor allen Dingen auch, dass diese Abenteuer viel gespielt wurden. Die sind natürlich für diese Ausgabe auch auf die neueste Edition gebracht worden, und man ist nochmal drüber gegangen und da sind sehr viele Kommentare und Hinweise drin, wie diese Abenteuer in verschiedenen Spielrunden gelaufen sind, was Dinge sind, mit denen die Spielleitung zu rechnen hat, wie die Leute vermutlich reagieren, wie verschiedene Situationen sich entwickeln können und wie man sie dann wieder vielleicht in eine andere Richtung lenken kann beziehungsweise welche Tipps man dann geben kann, wie man dann woanders tatsächlich weitermacht oder wie die Sandbox funktioniert, wenn die Leute sich erst für diesen Hinweis interessieren oder erst für einen anderen. Das ist also ein Band mit sechs Abenteuern, die wirklich derart tiefengetestet wurden, wie wenige Veröffentlichungen. Das heißt natürlich auch, dass wahrscheinlich viele Leute, die schon seit einer Weile Cryptolo spielen, einen guten Anteil davon kennen werden und dann vielleicht etwas doppelt haben, wenn sie sich diesen Band zulegen. Aber wer einen Grundstock haben will an Abenteuern, die gut funktionieren und mit denen man verschiedenste Situationen abdecken kann und wo man auf jeden Fall sagen kann, wir wollen das jetzt mal ausprobieren und das hier sind die Perlen, die vor Relie an die Oberfläche gebracht wurden, um uns den Wahnsinn zu bringen, dann ist das der richtige Band. Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte, die sich vor allen Dingen darauf beziehen, dass die Abenteuer teilweise sehr problematische Themen ansprechen, ohne das sozusagen mit einer kleinen Warnung zu versehen oder damit irgendwie auf eine gefühlvolle Art und Weise umzugehen. Wie gesagt, ich habe schon das Wort Inzest fallen lassen. Inzestuöse Vergewaltigungen und Body Horror und dergleichen kommen vor. So, das sollte man vielleicht wissen und das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders framen können, weil es ein nicht gerade leichtes Thema ist. Dazu muss man aber auch sagen, das neueste Abenteuer ist, glaube ich, von 2015, das älteste von 2001, nein, von 2002, Entschuldigung, dass das teilweise auch einfach daran liegt, dass sich die Art und Weise, wie man solche Themen anspricht im Rollenspiel, meiner Meinung nach guter Weise verändert hat in den letzten Jahren. Am Ende muss ich auch noch erwähnen, dass es größtenteils wirklich sehr gut geschrieben ist. Da merkt man auch, dass wieder und wieder drüber gegangen wurde über diese Abenteuer und dadurch, dass es aus verschiedensten Quellen kommt und damit auch teilweise unterschiedlichste Leute ihre Freizeit reingesteckt haben, um die Sachen aufzubessern und Illustrationen reinzupacken und halt eben wirklich begeistert dann ihre eine Geschichte erzählt haben, dass es teilweise halt auch wirklich sehr schöne Illustrationen gibt. Es ist eine wilde Mischung von Schwarz-Weiß-Fotografie bis hin zu Farben, farbigen Bodenplänen und Skizzen von Inseln und Anlagen und natürlich sehr, sehr detaillierten Zeichnungen von altertümlichen Insekten. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem Band und gebe 8,5. Ach, wisst ihr was? Ich bin ja immer zu zurückhaltend, was extremere Wertungen angeht. Der Band kriegt von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Mit den genannten Einschränkungen und Empfehlungen. Wie gesagt, wenn ihr überlegt, mit Cthulhu anzufangen, dann habt ihr hier 6 Abenteuer, mit denen wer nicht schief gehen kann. Am ehesten noch mit Incherm, weil das so stringent seine Geschichte erzählt und da müssen sich die Spiele auch drauf einlassen. Und das ist wirklich nicht für jedermann etwas. Soviel zu Perlentaucher von For, nicht von, For Relais. Atmen wir einmal tief durch, schieben diesen Horror beiseite und gehen abgefahrene Endzeit-Fantasy-Science-Fiction-Abenteuer-Geschichten rein in Land of Giants, auf das wir unter anderem aufmerksam geworden sind, weil zu den Co-Autoren Marc Wachholz gehört. Bekannt, möge einigen unter euch möglicherweise, weil er früher sehr viel für DSA geschrieben hat, für das Schwarze Auge. Das hier ist jetzt aber ein ganz anderes Projekt, das ursprünglich auch ein Pilotfilm für eine Serie war, eine Endzeit-Serie, der existiert hat auf Machinima TV, Machinima TV, je nachdem, wie man spricht, ich sehe es immer nur geschrieben, Entschuldigung. Und der unter anderem mit Leuten, die sich mit Action-Szenen inszenieren, auskennen, gedreht wurde mit Kampf-Szenen und dergleichen und hat dann jemand, der an Lasko die Faustgottes mitgearbeitet hat. Und das Einzige, woran ich mich an dieser Serie erinnere, ist, dass die Choreografien okay waren und der Rest nicht. Land of Giants hat aber nichts mit kämpfenden Mönchen zu tun, auch wenn es unter anderem um Religionen geht. Es spielt in einer ziemlich offensichtlich postapokalyptischen Welt, in der Metall offenbar problematisch ist. Erstens selten und zweitens immer, wenn irgendwas mit Elektrizität passiert, folgen schlimme Dinge. Und zwar die Giganten, die Namensgebenden des Land of Giants. Und das sind wirklich riesige, mehrere hundert Meter hohe Gestalten, die dann erscheinen, die als Götter verehrt werden und die normalerweise dann alles platt machen, was ihnen unter die Füße und die Fäuste kommt, wenn sie auf Boden treten und schlagen. Es geht hier aber um eine junge Frau, die mit ihrem Vater zusammen Schätze sucht und einigen dafür eingesetzten Suchkäfern folgt, leider in eine verbotene Zone hinein. Und als sie dort auf Metall stößt, ist ihr Vater zu spät dabei, zu sagen, dass sie auf jeden Fall wieder abhauen soll. Ein Gigant erscheint, aber er tötet die zwei nicht. Kein Problem, die Menschen sind durchaus bereit, das zu übernehmen, denn es gibt eine Kirche der Giganten, die die Gesetze von ihnen durchsetzen will. Da gehört auch dazu, dass Leute, die in solche verbotenen Zonen hineingehen, der Todesstrafe ausgesetzt sind, die mit einer Art stumpfen Guillotine ausgeführt wird. Mehr oder weniger wird einfach ein sehr, sehr großer Metallblock auf den Kopf fallen gelassen, der dann wie eine Melone zerspritzt. Wunderschön. Dann taucht jemand auf, der die junge Frau aber dann doch rettet und es beginnt eine Abenteuergeschichte darum, was ist der Hintergrund dieses mysteriösen Mannes, der mit einer AG-Hilfe unterwegs ist, aber trotzdem unglaublich gut kämpfen kann. Und dieses Ereignis löst gleichzeitig auch Intrigen, Mord und Hintergehen seiner Vertrauten unter der Kirche der Giganten aus. Das ist alles gut geschrieben und es ist alles vor allen Dingen künstlerisch beeindruckend umgesetzt. Das ist, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, fast weniger ein Comic und mehr eine Abfolge von erzählerischen Gemälden, die diese Welt und ihre Figuren mit einer interessanten reduzierten Palette einfangen, mit Sandfarben, also Ocker und Brauntönen und ein wenig Violett, aber vor allen Dingen mit Blau und Rot, gerade wenn es dann blutiger wird und die Kirche der Giganten auftritt, die sehr stylische rote Kleider, Hoben und Uniformen tragen. Das ist faszinierend zu lesen. Ich mag das Worldbuilding, aber, und jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich auch ein paar Kritikpunkte geben muss, die Figuren sind zumindest in diesem ersten Band noch ein bisschen Abziehbildchen. Wir haben die junge, unschuldige Frau, die aus irgendeinem Grund von übernatürlichen Mächten offensichtlich verschont oder für irgendetwas auserkoren wird. Die muss aber gerettet werden, wiederum von einem mysteriösen älteren Mann, der schon echt Narben davon getragen hat, aber trotzdem noch richtig, richtig tough ist und ein Geheimnis mit sich herumschleppt. Wo man dann natürlich, dann, wer ist dieser Loner, wer ist dieser, der einzelne Held, der sich gegen das System auflehnt und dann dieser jungen Frau hilft. Und dann hat man noch die intriganten Priester und Priesterinnen, die sich auch gegenseitig umbringen und total fanatisch sind. Also da ist noch nicht viel Tiefe bei den Figuren drin, aber die Art und Weise, wie es geschrieben und vor allen Dingen gemalt ist, fängt davon zum Glück einiges auf. Also die Welt lebt viel davon, wie sie grafisch umgesetzt wurde, was sehr viel andeutet und sehr viel Stimmung und Stil einfängt, der ansonsten in der Handlung erstmal an einem weit vorbei geht. Es ist trotzdem, trotz der relativ simplen Formel dafür, was für Charaktere auftreten und wie sie miteinander interagieren, sie funktioniert und sie macht tatsächlich auch Lust auf mehr. Der erste Band von Land of Giants kriegt von mir dafür acht von zehn möglichen Punkten und eine Empfehlung für alle, die post-okalyptisches, spannendes World-Building würden. Das war's für heute mit unseren Buchvorstellungen, es sei denn, es gibt dringende Fragen im Chat eben zu diesen zwei Büchlein, Produkten, Schriftstücken. Ansonsten würde ich noch einmal darauf hinweisen, bevor wir diesen Teil beenden. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen auf Steady, Patreon und hier auf Twitch mit Abonnements. Übrigens, wenn ihr ohnehin schon bei Amazon einen Prime-Account habt, dann könnt ihr einmal im Monat ein kostenloses Abo vergeben und dann wird Jeff Bezos ein Dollar quasi aus der Tasche gezogen, der an uns geht. Sogar mehr als ein Dollar. Und ja, vielen Dank. Ich glaube, ohne euch würde ich derzeit in sehr viel schlimmere Panik verfallen, weil, wie es vielen anderen Leuten gibt, die Freiberufler sind und die kreativen Beruf ausüben und denen halt eben solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, wie unsere Community. Vielen, vielen Dank. Ihr seid super, alle einzeln, jeder, jede, jeden von euch.